Was war das? Es kam von da! Wir müssen ihm helfen! Aber wie? Erst ein richtiges Frühstück, dann fällt uns was ein. Mit Kellogg's Max! Aus gesundem Weizen, mit wertvollem Bienenhonigfielen, Vitaminen und Eisen und dazu frische Milch. Hm! Hey, ich hab's! Es kann doch schwimmen! Juhu! Kellogg's Max macht stark für den Tag. Juhu!